Wir haben uns alle sehr motiviert gegen diese Machtveranstaltung, was die WEF ist. Wir abstimmen, aber nicht über die Wirtschaft, nicht darüber, wie wir produzieren, was wir produzieren und ob wir uns... Wir abstimmen, wir abstimmen, wir abstimmen, wir abstimmen! Jetzt! Was wollen wir? Climate justice! Wenn wollen wir es? Jetzt!